Okay, wo sind wir hier? Hm. Hm, wo bin ich denn jetzt? Oh, eine Windmühle. Cool. Was macht denn eine Windmühle hier im Nichts? Das verstehe ich schon wieder nicht. Aber na gut. Hm. Da hinten ist was. Aber da komme ich nicht dran. Noch nicht. Na komm. Na komm. Oder nu komm. Das könnte auch bedeuten nu komm. Nu komm, du dumme Nuss. Nein. So dumm ist sie doch gar nicht. Höp. Kann ich auch? Nö. Hm. Da kann ich schon mal nicht hoch. Ah, hier kann ich auch. Ah. Okay. Man hört auch nichts. Man hört nur die Vögel. Den Wind. Das ist ja schon... ...richtig... ...cool gemacht wieder. Hm, das war ein bisschen zu weit geklettert. Hä. Hm. Mein kleiner Freund kann aber nicht... ...sehr gut schwimmen. Wenn ich das mal so sagen darf. Dö, 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 dö. Ich glaube, das geht schneller, wenn wir das so machen. Wie... Fragen immer Fragen. Wieso hat dieser junge Hörner... Oh, ich sehe hier noch was. Ich sehe hier noch was. Hier kann ich noch eine höher. Zick. 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 Wow. Ich bin einfach nur zack. Okay. Kann ich jetzt hier runter, oder? Muss ich... Es gibt doch gar keinen Sinn, jetzt da runter zu gehen, oder? Nein, gibt es nicht. Shit. Das ist wieder knifflig, was mache ich jetzt? Fragen, überfragen, überfragen. Akte 2010. Mahony. Oder muss ich... Vielleicht funktioniert das? Ich weiß es nicht. Ich dachte jetzt, ich müsste an so einen Flügel ran vom Windrad. Vielleicht. Und dann... Naja, er wird ja runterfallen eigentlich, oder? Hä? Hä? Was muss ich machen? Oh! Nein! Nein! Verdammte Scheiße! Das funktioniert ja sogar! Wie genial ist das denn? Okay. Oh! Wow! What the fuck? Das funktioniert. Heh! Heilige Scheiße! Cool! Cool! Ich kann jetzt nicht. Ohne... Wuuuun! Deshalb muss ich es ja erst holen. Hey! Hat sie jetzt hergerufen? Hat sie... Hat sie oder hat sie nicht? Okay... Ah... Brücke wieder bauen hier. Oder was ist los? Okay... Häää! Ganz ruhig... Heh... Na aber ja klar. Heh... Nu komm... Nu komm... Nu komm... Nu komm... Was? Ne... Ach, muss ich mich... Nun komm! Boah, die Mädchen. Jetzt komm doch mal hierher. Was? Natürlich! Boah, das schaff ich ja sogar, ey. Nun komm! Schaffst du! Willst du mich verarschen? Oh, no way! Bist du dumm oder so? Stell dich hier hin. Und dann schaffst du das auch, Mädchen. Na komm! Jetzt! Ach! Sowas aber auch. Kann sich aber auch doof anstellen. Dass du von deinem springen sollst, wo du stehst, ist ja klar, oder? Mann, Mädel. Heh. Nimm mal eine Hand. Das gottgleichen Jungen. Na komm! Ja, die hat aber auch ein Reaktionsvermögen von... Von so'n... Weiß ich nicht. Heh. Schlimm. still dich hin. Gut, speichern. Ja Windmühle Spielfortsitzen? Nein, ich mache hier einen Schnitt Und wir sehen uns im nächsten Part wieder Bis dahin, tschüssi, Kowski